Ja, da sind wir auch wieder zurück. Obfach! Ach ne, wir sind derzeit nicht in Rheinsberg, aber die Mepre ist obfach. Ja, was machen wir? Wir hatten ja in der letzten Folge die Herausforderung, dass Feld 48 nicht kalkbar war. Also wir konnten das definitiv nicht kalken. So, wir haben uns ein wenig schlau gemacht. Das geht auch zur Zeit nicht gut. Müssen wir umsatteln, dann haben wir nämlich Feld 48 verkauft. Dazu gehörte Feld 52. Und ich glaube, die BGA war auch mit dabei. So, das haben wir jetzt wieder verkauft. Da waren wir bei 500.000. Und was macht er hier schon wieder? Äh, ja. Da waren wir bei 500.000 und danach haben wir umgesattelt und haben noch 62 und 63 hinzugekauft. Somit sind wir jetzt wieder bei 90.000, haben ein wenig Geld übrig. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alle Felder abernten. Ah, jetzt gucken wir erstmal, welche Felder brauchen denn Kalk. So, ich vermute mal, benötigt Kalk 64, habe ich mir schon gedacht. So, dann setzen wir jetzt mal hier den Helfer an. So, hier kann der Helfer arbeiten. Äh, wir stehen mit dem bei Feld 57. Okay, eigentlich bin ich ja am überlegen, hier unterzugruppern und hier auch komplett Feld daraus zu machen. Aber guck mal, wir haben so viel Wiese. Hier, das werden wir jetzt auch tun, wir werden uns jetzt einen Flug mieten. Und werden jetzt hier einmal alles untergrubbern. Was haben wir denn hier überhaupt? Moment mal, was haben wir hier für ein Feld gekauft? Was ist da drauf? Äh, 62? Äh, sag mir nicht. Hier, Zuckerrüben. Okay, Zuckerrüben, Zuckerrüben. Bam. Zuckerrüben. Rotkorn. Ich habe jetzt gerade mein Handy hier. Uff da, uff da, uff da. Dä, 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 dä. Ich weiß, Zuckerrüben bringen. Aber nicht viel. Aber vielleicht finden wir, wenn sie denn schon da ist, die Zuckerrübenfabrik. Aber guck mal, der ist richtig schön leise. Ich weiß nicht, wieso der Trecker und so richtig laut. Ja, wer stellt hier auch blöde Schilder hin? Ja, musste warten, Oma. Ich bin nicht so schnell. Uff da, uff da, dä, dä, dä. Ich bin nicht so schnell. Um. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. mal hier schön auf unsere wiese dann kann der andere überholen ich hatte lieb so dann schauen wir mal was bringen uns dann ich glaube ich bin dran vorbei guck mal zucker würde uns eigentlich eine ganze menge bringen aber ich bin irgendwie blind so was sagt denn hier und zwar ist das 63 auch so gut was kriegen hat derzeit ich versuche 1200 das geht wieder nach unten ok dann schauen wir jetzt mal hier soll die schweine futterdings rein lalala Da, da ist enter. Okay. Ja, wie teuer ist denn dieser Hof überhaupt? X 315.000 Okay. Wir haben leider nur 62.000. So. Dann wollen wir mal wieder zurück. Auf S? Helfer F? Der. Leute. Warum macht ihr nicht einfach eure Arbeiten einfach mal zu Ende? Ja, dann können wir mal rausfinden, wo die Zuckerfabrik ist. Tum, 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 tum. Ja, ähm, mal gucken mal. Ja, was haben wir denn da? Ja, gut, 835 haben oder nicht? Das ist schon mal ganz gut. Dann, das gucken wir mal hier gerade. Ja. Ja, ja. Ja. Ah, ja. Man. Ja. Ja. Oh, ja. Oh, ja. 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 Ah ja, gut. Neunundfünfzig, sechze ich schon ein. Ja, gut. Was bringt uns denn die Heerse? Nicht viel. Das Roggen. Auch nicht viel. Hopfen, gut. Denne machen wir hier Hopfen drauf. Ja, ich komme schon. Ja, Sonnenblumen. Da kriegen wir auch nicht viel für, ne? Doch, 1200. Wir haben ja aber das ganze Feld 64 mit Sonnenblumen. Das ist auch mal gut. Machen wir erstmal für jetzt die 70 fertig. Das ist von Mäuse merken. Oh. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, wir haben alle Traktoren, ne? Ja. 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 Ich sage, unsere Häuser sind polnischer Herkunft. Der kann ja gar nicht sein. Bulgarisch? Ach, egal. Ja. 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 Dann haben wir die ganze Woche Hopfach. Ja. Ich glaube hier machen wir auch wieder Sonnenblumen drauf. Noch haben wir ja die 60.000. Ja. Dann müssen wir aber definitiv hingehen und irgendwelche Sachen verkaufen. Dann kommt die böse Abrechnung. Dann kommt die böse, böse Abrechnung. Okay. Oder wir gucken mal, was uns die Abrechnung ansagt. Ja. Ja. Na gut. Wie gesagt, ich danke euch fürs Reinschauen. Und natürlich gerne. Und natürlich gerne auch wieder hier Kommentare, Likes. Und eure Bemerkungen sind gerne gesehen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr wollt, auch gerne einen abunter lassen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden hier mal das Felden Ops Einemachen aufleihen. Und sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.